Unsere Polizei in der Stadt rüstet mal wieder auf. Wir bauen uns heute einen schicken SUV-Polizeiwagen. Der ist nicht nur gut für die Straße, sondern auch fürs Gelände, denn ab und zu haut der mal so ein Verbrecher auch einfach mal zur Seite ab und ist weg von der Straße. Da brauchen wir natürlich was, wo wir hinterher kommen. Mit diesem SUV bist du immer super gut unterwegs und der ist sogar einfach nachzubauen. Wie das geht, zeige ich dir heute. Von daher Blöck in die Hand und los geht's. Dann schauen wir mal, was wir heute so brauchen. Also erstmal wieder ein bisschen schwarzen Beton, glatte Quarztreppen, einen Trichter, Steinknöpfe, Schmelzofen ist dabei, blauer Zement, hellgrüner und weißer Beton. Dann noch ein bisschen schwarzes Glas. Man kann natürlich auch andere Farben nehmen, wenn man möchte. Und dann beginnen wir erstmal mit den Rädern. Unser Wagen hat einen Abstand oder eine Breite von drei Blöcken. So, dann setzen wir erstmal die Vorderräder, zwei Blöcke Platz lassen, dann kommen schon mal die Hinterräder. Nehmen wir dann gleich mal unsere Quarztreppen, die können wir einmal dazwischen schon mal setzen. Auf Vorder- und Rückseite setzen wir die natürlich einmal umgedeht drauf. Bei der Rückseite wollen wir aber mal die Mitte freilassen, denn hier habe ich mir gedacht, setzen wir als Auspuff so einen schönen Trichter einmal hin. Weil einen Trichter kannst du ja immer so platzieren, das sag ich mal. Hier, dieser kleine Gnubbel unten, der kommt immer drauf an, wo ihr hier stehen hinsetzt, denn auch in die Richtung zeigt. Das sieht dann immer toll aus wie so ein Auspuff. So, weiter geht's dann erstmal mit blauen Zimmern, den können wir einmal an den Seiten komplett einmal hinsetzen. Auf der Rückseite setzen wir dreimal unseren hellgrünen Beton einmal hin und auf der Vorderseite lassen wir ganz vorne einmal Platz, denn da setzen wir natürlich unseren Motor rein. Dann nehme ich jetzt einen natürlichen Schmelzofen, kannst auch einen Ofen nehmen oder einen Räucherofen, sieht alles gut aus. Dann nehmen wir noch gleich unsere Knöpfe, das werden natürlich unsere Felgen werden. Natürlich müssen wir die auf beiden Seiten uns einmal platzieren. Dann wollen wir natürlich auch noch unseren weißen Beton einmal setzen, den setzen wir also zwei auf der Rückseite einmal hin. Die Mitte lassen wir frei. Und dann würde ich sagen, auf der Vorderseite setzen wir hier, zack, eine ganze Reihe einmal hin. Einfach zwei Blöcke vorne Platz, da ist nur dann hier unser weißer Beton einmal hin. So, jetzt nimmt ihr mal euer schwarzes Glas, das könnt ihr hinten einmal hier komplett einmal so platzieren. Auf der Vorderseite setzen wir nur eine weitere Reihe hin. Jetzt holen wir uns nochmal ein bisschen Kleinzeug einmal raus. Ein bisschen hellgrüner, blauer wie grauer Teppich. Ein Redstone-Verstärker, davon den Vergleich ja noch gleich, denn ein Birkenschild. Dann holen wir uns noch einfach mal ein paar schwarze Knöpfe raus, Stolpertrag, Haken und einen Birkenschilder. So, jetzt verworben wir erstmal den Teppich. Wir fangen auf der Motorhaube an. An den Seiten setzen wir mal ein hellgrün hin, in der Mitte den blauen. Hier oben auf dem Dach wollen wir uns natürlich eigentlich jetzt unseren grauen Teppich einmal setzen. Aber hier wollen wir natürlich unsere Sirene natürlich auch noch mal basteln. So, den Verstärker setze ich hier vorne mal in die Mitte hin. An den Seiten kommen dann hier natürlich meine Vergleiche hin. Das ist natürlich unsere Blinkeranlage. Die können wir aktivieren und deaktivieren, wie man möchte. Und auf der Rückseite, auf unserem weißen Beton, setze ich mir nochmal zwei davon hin. Den Rest, hier wo unsere Glasblöcke sind, da setzen wir eigentlich unseren grauen Teppich einmal rauf. Gut, dann haben wir schon mal das Dach und Motorhaube fertig. Wir fangen auch gleich vorne einmal an bei der Motorhaube. Denn hier wollte ich mir noch gerne so eine kleine Blende mit unseren Schälern einmal setzen. Wenn wir das dann haben, können wir gerne die Scheinwerfer vorne mit unseren schwarzen Knöpfen einmal darstellen. An der Seite setzen wir uns bei den Türen. Also du kannst jetzt bei der Vordertür natürlich hier einmal den Stolpertrag hinten hinsetzen. Und jetzt hier bei der Hintertür, muss man sehen, was dir besser gefällt. Also mir würde hier einen natürlich reichen, einen Türgriff. Muss man sehen, ob den jetzt vorne oder hinten sitzen. Also Geschmacksache. Und natürlich unser Logo von der Polizei. Das stellen wir einfach mal mit dem Birkenscheiter so ein bisschen dar. Diesen Polizeistern. So, wenn wir das dann haben, dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch. Eine Sache fehlt aber natürlich. Da habe ich natürlich nicht immer so viel Platz. Da nehmen wir natürlich noch ein paar Rückleuchten. Da nehmen wir einfach Kamisinknöpfe. Ich finde die ganz passend dafür. Und voila, ist unser STUV fertig. Das sehen wir hier hinten bei meinem anderen Modell. Da hatte ich doch den Türgriff weiter hinten angesetzt. Also das ist echt Geschmacksache, wie du es haben willst. Kannst natürlich auch zwei hinsetzen. Geschmacksache. Einfach und schnell haben wir jetzt diesen schicken SUV-Polizeiwahn gebaut. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Sonst abonniere noch gerne den Kanal. Bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Und dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich für's Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut's rein. Und ciao. Untertitelung im Auftrag des Zusehen. Untertitelung des ZDF, 2020